Hallo und herzlich willkommen aus dem Schwarzwald, hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, hallo und herzlich willkommen, kleiner, wunderschöner, gelber, grüner Skorpion, wie auch immer, 160 PS, beschleunigt in 7,3 Sekunden auf 100, wiegt quasi nix und hat mich richtig infiziert mit dem Skorpion. Ich bin vom Skorpion gestochen, wie steht er hier? Hier steht ein Abarth 595 Pista als Cabrio, also die Version für junge Leute, so wie mich. Jetzt haben wir alle mal gelacht. Egal, bin ich jung, bin ich es nicht mehr, ich weiß es nicht, aber dieses Auto hat mir mächtig viel Spaß gemacht. Was will ich heute mit euch machen? Ich will euch das Modelljahr 2019 von unserem Abarth, von unserer Pocket Rocket hier vorstellen. Ich werde ein bisschen außen zeigen, was es kann, ich werde euch ein bisschen das Cabrio zeigen, aber darum geht es doch eigentlich überhaupt nicht. Wir wollen fahren. Ich fahre mit euch dieses Moped und ich zeige euch, warum das für mich so unglaublich viel Spaß macht und was die Italiener können, was sie nicht können und was es noch so im Wettbewerb gibt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Job. Wenn ihr Bock habt, auf hier unseren Fiat Abarth 595 Pista, auf mich, auf ein Skorpion, auf gutes Wetter, auf Cabrio, ein bisschen Spaß, dann bleibt gerne dran. Und auch übrigens hier über meinem dicken Bauch seht ihr, wo ihr uns überall findet, nämlich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Abonniert am besten alles, dann mache ich euch, schreibe ich einen handgeschriebenen Liebesbrief oder so mit Kuss, Herzen, Parfum drauf, Tränen, was ihr wollt. Auf jeden Fall gibt es dann halt ganz viele Reviews von mir, für euch. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran, viel Spaß und jetzt geht es auch los mit dem Moped. Okay, ich stehe im Profil vom Abarth und ihr denkt euch, Mensch, was macht der da? Ist für mich immer ein bisschen die Stelle, euch zu erklären. Wo kommt das Auto her? Wo will es hin? Warum gibt es das? Was gibt es noch für andere Modelle? Und warum habe ich mir dieses Moped denn hier eigentlich ausgesucht? Ich habe euch gesagt, ich bin vom Skorpion gestochen. Warum eigentlich? Ihr sagt mir immer alle, Mensch Jan, mach doch mal mehr Lamborghini, mach R8 Ferrari. Das knallt, das wollen die Leute sehen. Keine Ahnung, vielleicht ist es so. Mir macht das ja auch alles Spaß, aber ich stehe eigentlich auf Sportwagen, die bezahlbar sind. Ich kann mir kein Ferrari leisten. Ich könnte mir sowas vielleicht leisten, wenn ich ein bisschen weniger trinken gehen würde. Nee, ganz im Ernst, ich finde, das sind Konzepte, die man sich leisten kann und deshalb viel, 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 viel spannender. Ja, und dann überlegt man mal, wo kommt Abarth her? 1949 gab es diesen PS-Magier Carlos Abarth. Der hat den Skorpion quasi erfunden. Er war eben so ein Typ, der hat gesagt, ich verpasse einfach Alltagsautos, Kleinalltagsautos, mächtig, viel Bums und Bums und mache die so sportlich wie möglich. Jetzt, 70 Jahre später, gehört Abarth zum FCA-Konzern und veredelt die ganzen Fiat. Wir haben also den 500er, den sich Abarth vornimmt und den 124, den sich Abarth vornimmt. Den 124 findet er auf unserem Kanal zum Beispiel auch. Genauso wie den 595 Competizione. Und da wird es schon ganz interessant, denn wir haben hier einen 1,4 Liter Vierzylinder-Motor drin. Den gibt es in ziemlich vielen Ausbaustufen inzwischen. Wir haben also bei Abarth eigentlich echt relativ viele Modelle. Wir haben den normalen 595 mit 145 PS. Wir haben den Pista, also die Version für junge Leute, wie zum Beispiel ja mich. Und wir haben den Tourismo mit 165 PS, also ein bisschen gesetztere Version. Wir haben den Competizione, also die bedingungsloseste Sportversion davon. Und dann macht Fiat mit 180 PS übrigens. Und dann macht Fiat immer noch zahlreiche Sondermodelle, die die Leute dann auch nehmen können. Jetzt so eine Geburtstagsversion wieder, die auch richtig knallen. Ja, vielleicht zur Einordnung, was haben wir hier drin? Wir haben die Rekordmonster-Anlage schon serienmäßig drin. Den Kony-Dämpfer hinten nur zum Beispiel, die Integralsitze hier drin, die wunderschöne Farbe hier draußen. Und dann muss ich es ein bisschen einordnen, was gibt es noch im Segment? Opel Corsa, OPC, Mini John Cooper Works oder Cooper S zum Beispiel auch. Aber wir verbinden hier halt zwei Sachen, nämlich so eine, naja, historische, nostalgische Optik von so einem 500er, der ja wirklich relativ knuffig ist mit Bums. Und diese Kombi, diesen Match, das ist mein Tinder-Match in diesem Auto, weil das ist richtig cool. Wir können mit diesem Auto einfach zur Eisdiele hinfahren, finden überall einen Parkplatz, können auch mal auf eine Rennstrecke, können aber auch einfach nur so durch die Stadt fahren. Da drin ist ein Sportknopf, wenn ich rückwärts fahre, wird dieses Moped unglaublich laut und in gewissen Drehzahlbereichen auch. Ja, und dieser Carlos Abba, das war aus meiner Sicht ein Künstler, ist mein Idol, der hängt nach bei mir über dem Bett. Und wahrscheinlich könnte auch irgendwie neben der Mona Lisa im Louvre hängen, zumindest könnte da ein Auto von ihm stehen. Ich glaube, so ein Fiat 500 steht sogar im MoMA. Ich probiere mich immer in Museen zu drücken. Aber Kunst hin, Kunst her, ich will euch eigentlich nur eins sagen, dieses Auto ist optisch, neben den ganzen Fahrleistungen, die wir hier drin haben, mit dem leichten Gewicht und mit dem tollen Beschleunigungsgewicht. Übrigens eine echte Wucht, also fangen wir mal an. Carlos Abba wird sich freuen, schauen wir uns die Optik an. Ja, hier sind wir jetzt, schauen unserem 595 Pista ins Gesicht und schaut euch diese Big Xenon Kugelscheinwerfer an. Sieht irgendwie aus, als würde uns der Kleine anlachen, oder? Adrenalina Grün ist hier die Farbe drauf, kostet 600 Euro Aufpreis, aber die lohnt sich. Manche von euch werden sagen, die ist mir zu brollig, andere werden sagen, Mensch geil, damit fällt man richtig auf. Die knallt, vor allem hier in der Sonne, vor allem zu dem Auto und zu diesem Cabrio, finde ich, passt die perfekt. Big Xenon Scheinwerfer sind hier. Ihr seht es, eins, zwei, drei Scheinwerfer-Elemente hier unten. Und da vorne haben wir den Skorpion drauf. Der hat mich gestochen. Hier ist nochmal so eine kleine Chrom-Spange, das gehört zu so einem 500er Fiat dazu. Hier ist ein Lufteinlass und hier unten haben wir diesen ganzen sportlichen Lippenbereich, hier mit so einer schwarzen Lippe hier nochmal. Da kann man unterschiedliche Sachen machen, je nachdem, ob ich jetzt den normalen 595, den Pista, den Tourismo oder den Competizione nehme. Sieht es dann auch immer ein bisschen anders aus. Schaut euch das im Konfigurator an. Da muss man wirklich ein bisschen gucken, was macht man mit seinem Geld und was kann man sich leisten. Ich finde das wirklich sehr, sehr charmant. Das Auto ist übrigens 1,63 Meter breit, 1,49 Meter hoch und damit halt eine echte Knutschkugel. Und dieses Moped hier wiegt 1.150 Kilogramm und das mit 160 PS ist schon eine echte Wucht, muss ich euch echt sagen. Aber das ist natürlich nur das eine. Das andere, schaut es euch an, wir haben ein Cabrio. Und jetzt sagen wieder die Sportfreaks unter euch, ein Cabrio passt doch gar nicht dazu. Ich finde es passt perfekt. Weil wenn man sich schon so ein sportliches Zweitauto kauft, dann will man doch eigentlich auch bei so schönem Wetter dieses Dach runter machen können, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon aus meiner Sicht. Lasst mir gerne eure Meinung zur Farbe, zur Optik da, ob die Farbe 600 Euro wert ist. Hier vorne haben wir noch so eine kleine Schnauze auf der Motorhaube. Gefällt mir gut. Chromelement hier noch. Schwarz, Chrom, Gelb. Mein Gott, das sieht doch aus wie so ein kleiner Ferrari oder ein kleiner Lambo. Unglaublich geil, aber lasst uns mal die Seite anschauen. Ja, da sind wir im Profil von unserem Abarth. Und ganz im Ernst, ich sehe mich schon mit diesem Auto vor der Eisdiele stehen, ein bisschen posieren. Und ja, ganz zu Recht. Erstmal zur Einordnung. Der ist 3,66 Meter lang und damit wirklich klein. So viel steht fest, aber das passt perfekt zu so einem Konzept. Hier vorne seht ihr schön die Leuchten. Hier haben wir kleine Lufteinlässe. Und ganz im Ernst, diese Farbe macht so richtig was her. Hier sind die 17 Zoll Felgen drauf und auch übrigens wichtig, hier sind schwarz lackierte Bremssettel. Und ich finde auch diese schwarzen 17 Zoll Felgen passen perfekt zu dem Auto. Gefällt mir richtig gut. Wir haben hier dieses schwarze Abarth-Logo, was sich hier so ein bisschen verliert. Und ganz im Ernst, dieser Carlos Abarth, der ist wahrscheinlich im Grab mächtig stolz. Denn ja, sein Name steht auf so einem tollen Auto. Und ich finde gerade von der Seite hier mit schwarzen Spiegeln, mit schwarzen Umrandungen für die Fenster heißen die. Genau, es ist richtig cool und schön ist auch, die Antenne ist hier hinten in der Seitenscheibe integriert. Wegen dem Cabrio, da können sich andere Hersteller rücken, ein Stück von abschneiden. Müssen nicht immer so eine hässliche Flosse aufs Dach bauen. Ja, und dann haben wir hier nochmal den Skorpion 595, das Logo. Es gibt ja richtig viele Abarth-Fans. Die sind teilweise organisiert in Fanclubs. Ich war selbst mal dabei am Nürburgring, am Hockenheimring. Das ist richtig cool. Hier hinten seht ihr dann schon die Rückleuchten auch im Profil. Hier haben wir so einen kleinen Spritschutz. Vorne haben wir den nicht. Ist schon eine sehr, sehr coole Optik. Aber eine Sache denkt ihr jetzt, die hat der Typ doch vergessen. Ja, das Dach. Wir haben hier das Dach. Und ganz im Ernst, ihr steht genau richtig. Hier ist der Schlüssel. Da ist auch nochmal ein Skorpion-Logo drauf. Ich gehe jetzt mal rein und mache euch das Dach auf und zu, damit ihr mal seht, wie schnell es funktioniert. Ach ja, und übrigens ganz spannend, wenn ihr schon da steht. Hinten sind die Koni-Dämpfer drin beim Pista. Vorne haben sie drauf verzichtet. Es geht ein bisschen halt darum, ein bisschen Geld zu sparen und dass man die Option hat. Ich habe es kaum gemerkt beim Fahren, will aber jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Schauen wir uns mal den Hintern an. Ja, und da sind wir schon. Und schaut es euch mal an. Ist das nicht eine knackige Optik von hinten? Wir können das Cabrio-Dach übrigens so weit runterfahren. Steht nicht hier, wie bei meinem alten Smart Roadster. Und gibt damit ein richtiges Cabrio-Gefühl. Einziger Nachteil, die Holme. Die kriegen wir natürlich nicht weg, aber dafür haben wir halt dann auch geschlossen. Relativ ruhiges Konzept, so beim Kleinwagen. Schönes, hier ist nochmal der Skorpion als Riesenlogo. Wird jetzt ein bisschen verdeckt vom Dach. 595 Pista steht hier drauf. Eigentlich ein ganz fancy Logo, aber jetzt schaut euch mal hier unten an. Die Rekord Monza Auspuffanlage doppelflutig hier auf beiden Seiten. Und hier unten nochmal so ein riesen Diffusor. Das sieht von hinten unten auch schon wie so ein Lambo, wie ein Ferrari. Das ist schon irgendwie krass. Aber dann haben wir hier natürlich wieder sehr dezente Rückleuchten mit hier so einem Element in Wagenfarbe drin. Das ist übrigens auch neu. Ist ganz schön. Das schwarze Dach mit der Bremsleuchte erhoben ist cool. Und früher war es, meine kleine Schwester hat ein Fiat 500 immer so, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man jetzt nämlich den Kofferraum aufmachen wollte, dann muss man sich immer reinsetzen. Das Dach hoch machen, aber da hat sich Fiat natürlich was überlegt. Ich drücke einfach drauf, habe einen Schlüssel in der Hose. Das Dach fährt ein Stück nach oben in so eine Anfangsposition. Und dann können wir natürlich den Kofferraum aufmachen, wo jetzt peinlicherweise meine Sporttasche drin liegt. Und haben ein Kofferraumvolumen von 185 bis 550 Liter, wenn wir die Rückbank umklappen, schon relativ praktisch. Ich mache es jetzt nochmal zu, weil um den Kofferraum geht es ja wahrscheinlich echt nur am Rande. Schaut es euch an. Die Öffnung ist relativ klein mit dem Bierkasten, muss man ein bisschen jonglieren. Keine Ahnung, ob der rausgeht. Auch die Ladekante steht hier ein bisschen drauf. Kofferraumkonzept ist nicht ideal, aber ich habe euch ja was zu der Rekord Monza Auspufferanlage gesagt. Und wenn ihr schon mal so gut da steht, dann muss ich euch die natürlich auch zeigen. Da drin gibt es einen Sportknopf. Ich werde das Auto erst anmachen ohne, dann mit. Und dann werde ich ein Stück rückwärts fahren, denn das ist ganz spannend. Dieses Auto ist für mich das Auto, das rückwärts am lautesten fährt auf dem Markt. Hört es euch einfach an. Alter! Ja, ich bin im Innenraum und es ist für mich jetzt die Gelegenheit, euch mal so ein bisschen zu erklären, wie ist es hier eigentlich. Erstmal haben wir hier die integralen Sportsitze für 1200 Euro. Ich habe schon die Schalensitze gefahren in dem Competition. Könnt ihr euch anschauen, das Video übrigens. Und die hier taugen wir irgendwie besser. Ich mochte diese Sportsitze wahnsinnig. Also die Schalensitze von Schabelt für die Rennstrecke perfekt. Aber das ist halt hier ein Auto, was auch im Alltag funktionieren muss. Und schaut es euch an. Ich sitze bequem, habe auch noch genug Seiten halt. Das ist einfach cool. Dann haben wir hier das Lenkrad. Das Lenkrad hat so eine 12 Uhr Markierung. Kommt aus dem Rallysport, so dass man immer weiß, wo es gerade ist. Hat hier auch schön Chrom. Wir haben hier ein paar Knöpfe für die Klima. Hier ist das Uconnect Live HD System. Habe ich euch im anderen Video schon erklärt. Funktioniert richtig gut. Ich habe hier unten einen USB-Stecker. Zeige ich euch jetzt nicht. Hier unten macht man USB rein. Handy dran. Und hat hier dann mit Apple Kabel und Android Auto die Nutzeroberfläche von seinem Handy drauf. Cool. Auf den Sitzen hier steht schön ABBA drauf. Das sind wirklich tolle Sitze. Wir haben ABBA-Zeichen auf den Fußmatten. Ja, wir haben natürlich viel Hardplastik hier in den Türen. Da vorne, das ist aber okay. Das passt richtig gut. Wir haben hier eine kleine Mütze, so dass wir dieses digitale, teildigitale Display da vorne, dieses digitale Display gut ablesen können. Und hier ist die Sportanzeige. Da ist sie. Genau da. Wenn die leuchtet, sind wir im Sportmodus. Fensterheber sind leider in der Mitte kleiner Nachteil mit dem Plastik hier drin auch. Aber jedes Auto hat seine Nachteile. Hier ist alles für die Klima. Wir haben hier drin jetzt keine Sitzheizung. Wisst ihr was? Ich brauche keine Sitzheizung hier drin. Ja, und ihr seht's. Wir haben Cabrio. Richtiges Cabrio. Und das macht mir Spaß. Das Dachverdeck fährt auch richtig weit nach hinten auf. Hier drin haben wir auch immer noch grüne Elemente, dass man auch sieht, wie die Außenlackierung ist. Wir haben hier die Beatsanlage drin. Die kostet zwar ein bisschen was extra, aber die Beatsanlage macht so einen richtig guten Sound ohne Scheiß. Hier seht ihr die 5-Gang-Handschaltung. Leider nur 5 Gänge. Aber da man dieses Auto ja sowieso in viel zu hohen Drehzahlbereichen die ganze Zeit bewegt, ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Wir können noch andersfarbige Anschnallgurte haben, was eigentlich auch ganz cool ist. Ansonsten ist es hier drin schon sehr clean durchdesignt. Hier haben wir das Fiat 500 Zeichen. Seht ihr dann im Schnittbild. Wir haben hier so eine chromfarbene Fläche, was auch schön ist. Wir können hier vorne auch einiges verstellen. Hier können wir was verstellen. Schaut euch dazu das andere Video an. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal erklären. Ein USB-Stecker. Die Sitze können wir auch schön verstellen, sodass wir dann nach vorne, hinten halt manuell. Wir können die auch so ein bisschen pumpen mit einer Lordose-Stütze und so, was auch ganz cool ist. Also man sitzt hier toll drin. Das Lenkrad liegt richtig gut in der Hand. Wir haben hier den Druck. Da vorne noch in der Sportanzeige. Chromfarbene Elemente. Chromfarbenes 500er Zeichen. Da ist der Sportknopf. Sieht man dann hier an der Sportanzeige links, meine ich. Ja, das ist schon ganz cool. Und ich habe mir jetzt überlegt, was mache ich denn, wenn ich mit euch fahre? Sage ich euch, wie das Auto sich geschlossen anhört und offen. Nö, das Cabrio-Wetter. Wir fahren heute einfach Cabrio. Dafür hat man ja ein Cabrio, oder? Ich hoffe, ihr versteht mich dann trotzdem gut. Aber wisst ihr was, ist mir eigentlich auch egal, weil wir hören den Sound gut. Hier ist übrigens der Schlüssel. Da ist auch nochmal ein schöner Skorpion drauf. Wir haben da unten auch die Skorpione auf der Edelstahl-Pedalerie. Gefällt mir auch richtig gut. Und ehrlicherweise, die Abarth-Leute wissen schon, was sie machen. Was ich machen soll, denn ich weiß manchmal auch, was ich mache. Und warum ich es mache, ist mich anschnallen. Dann, das wird jetzt bei unserer kleinen Probefahrt dann auch wichtig. So, aber bevor ich losfahre, mache ich jetzt mal eins. Ich zeige euch den Sound im Stand. Leerlauf ist drin. Und das klingt schon ziemlich gut. Aber wenn ihr denkt, das klingt gut, dann mache ich nochmal eins. Ich drücke jetzt mal im Leerlauf den Sportknopf. Man hört schon, es brobbelt mehr. Die Rekordmonster-Auspuffanlage arbeitet da hinten mit der aktiven Klappensteuerung. Jetzt hört mal hin. Eieieiei, Zwischengas-Probbeln ohne Ende, genauso wie man es sich wünscht. Und ich mache jetzt mal kurz den Rückwärtsgang rein. Und fahre rückwärts. Hört ihr, was passiert? Ein sonores Auspuff, Brobbeln, Explosionen, Pupsen aus dem Heck vom Auto. Das ist grandios. Einfach wirklich richtig gut. Ich hoffe, ich habe euch zum Innenraum nicht zu wenig erklärt. Wir haben hier natürlich Radio, schöner Sound, Medien können wir verbinden, Navi. Das U-Connect-System eben dann mit Apps kann man das bespielen. Zum Beispiel auch die Audio-Einstellung ändern, Einstellung und nochmal eine Audio-Einstellung, eine eigene. Schön ist auch, macht man das Auto an, fährt da so ein kleiner Abad rein aus so einer Garage. Das machen die Italiener halt gut. Die können nicht nur Optik außen, sondern halt auch innen. Auch wenn man sich vielleicht über qualitative Dinge im Innenraum auch mal streiten kann. Hier vorne haben wir jetzt einen schönen Gehkraftmesser drin. Können wir dann auch schön verstellen. Hier vorne dann haben wir dann seitlich auch noch, hier ist es, die Möglichkeit, dass wir uns den Trip anzeigen lassen. Trip A, Trip B, die Reifendruckkontrolle oder ein Gehkraftmesser, was halt ziemlich cool passt zu diesem Auto. Ja, aber ich kann euch ja viel erzählen. Was wir jetzt machen, ist uns einfach mal anschauen, wie sich dieses Auto in der Theorie bewegt. Ja, aber Optik hin, Innenraum, Kofferraum, wie schnell verschließt das Deck geile Farbe her, was auch immer. Bei diesem Auto geht es eigentlich einzig und allein ums Fahren und das ist hier ein Genuss. Wir haben die Pista-Version. Im Vergleich zur Competizione-Version hat die kein Sperrdifferenzial. Vorne, Auto ist ja vorne angetrieben, hat aber hinten die Koni-Dämpfer mit FSD-Technologie, also Frequency Selected Damping. Die Dämpfung kann sich anpassen. Vorne hat sie dann nur die Competizione-Version, aber ich muss euch eins sagen, ich habe es so richtig gar nicht gemerkt. Und diese Version hier hat nur 160 PS, während die Competizione-Version 180 hat der hier beschleunigt. Ich mache ihn euch einfach mal auf, vielleicht, das ist ja auch ganz wichtig. In sagenhaften 7,3 Sekunden auf 100. Der Competizione mit den 180 PS braucht nur 6,7 Sekunden, aber ich muss euch auch eins sagen, auch das habe ich gar nicht so richtig stark wahrgenommen, weil wir können hier das Dach aufmachen. Und ja, man merkt natürlich so einen kleinen Unterschied. Die Competizione-Version ist noch ein bisschen härter. Mit den Sportsitzen da drin war sie halt noch ein bisschen sportlicher. Hier sind die Integralsportsitze drin für 1.200 Euro. Die Schalensitze von Schabel kosten 1.800 Euro. Mir sind die hier lieber, denn die sind so ein bisschen weicher und der allerjüngste bin ich jetzt auch nicht mehr. Langsam muss ich es, glaube ich, wahrscheinlich einfach ein bisschen zugeben. Der Benziner ist hier drin. Wir haben die Version 2019 mit Cut. Wir haben also Euro 6D Temp, ist damit also auch ein moderner Motor hier drin. Ja, und da muss man vielleicht ein bisschen auch um Verbrauch sprechen. Beim Verbrauch ist es so, ich habe das Auto selten unter 9 Liter gefahren. Fiat gibt an, kombiniert 6,9 Liter. Es gibt hier auch noch so ein automatisiertes Getriebe drin. Da ist man dann bei 5,8 Liter. Hier ist jetzt die 5-Gang-Handschaltung drin. Und ich bin eigentlich nicht bekannt als Typ, der gern schaltet. Ich stehe eigentlich auf Automatikgetriebe. Ich habe es Automatikgetriebe auch ehrlicherweise noch nicht gefahren. Aber ich sage euch eins, in dieses Auto muss die Handschaltung. Und da kann man natürlich kritisieren, es fehlt ein 6. Gang. Tut es auch für die Autobahn irgendwie zum Weglegen. Auf der Autobahn fährt man richtig schnell, geht da echt Sprit durch. Da kann man auch mal mehr als 10 Liter brauchen. Aber wen juckt es eigentlich so richtig bei diesem Auto? Ich muss euch eins sagen, ich habe einen unbändigen Spaß mit dem Ding gehabt. Vor allem er ist klein, er ist mit 1150 Kilo echt leicht und geht ab wie Schmidts Katze. Dabei haben wir trotz Frontantrieb immer richtig viel Traktion. Man kann irgendwie das Dach aufmachen, der Wind weht einem um die Ohren. Ich probiere das irgendwie emotional in Worte zu fassen. Und man ist in diesem Auto einfach glücklich. Dann haben wir diese Rekord-Monza-Auspuffanlage da hinten. Ich habe sie euch gezeigt. Die macht einen Sound. Wir haben einen Sportknopf da drin. Dann wird die Lenkung direkter, die Gasannahme noch mal ein bisschen direkter. Und der Sound wird brutal. Ab so 3000 Umdrehungen denkt man da drin. Man sitzt wirklich in einem Ferrari. So fühlt es sich an. Wir haben eine sehr direkte Lenkung. Wir haben vorne und hinten natürlich auch richtig gute Bremsen. Braucht man bei diesem Auto, auch wenn es nicht schwer ist. Die Schaltung ist knackig, findet die Gänge gut. Klar, okay, der 6. Gang fehlt. Wir haben da eine harte Dämpfung da drin, wenn wir auf Sport schalten. Und wenn man sagt, heute ist einfach nicht so mein Tag. Ich will heute nicht rasen. Dann schaltet man nicht auf Sport da drin. Dann cruist man gemütlich. Das Auto ist ein bisschen leiser. Hat ein Cabrio-Feeling da drin. Aber wenn man sagt, man will irgendwie auch mal auf die Rennstrecke, dann kann man es da richtig knallen lassen, wenn man fahren kann. Und wenn man sagt, ich will mal vor meiner Eisdiele einfach mal meinem italienischen Freund zeigen, wie laut mein Schweinegeiler Skorpion ist, dann fährt man am besten rückwärts. Denn rückwärts ist es das lauteste Auto auf dem Markt. Ich verspreche es euch. Oder fährt im Leerlauf ein bisschen. Beim Anlassen macht er einen richtig tollen Sound. Also das gibt richtig viel Spaß. Und übrigens, das Auto ist nicht nur was für die Stadt, um mal an der Ampel den einen oder anderen Porsche zu versägen, sondern auch auf der Landstraße kann man richtig Spaß haben. Und jetzt wird es überraschend. Selbst für kurze Autobahnstrecken finde ich das völlig okay, denn das Dach macht richtig gut dicht. Innen ist es dann natürlich nicht so leise wie jetzt in so einem großen SUV oder so. Man hat immer noch eine tolle Rückmeldung über die Straße. Und dann finde ich, ist das ein Konzept von Auto, ich muss es kurz erklären, das leicht ist mit einem Leistungsgewicht, glaube ich, von 6,5 Kilogramm pro PS, was einfach unschlagbar ist und unmenschlich viel Spaß macht, gleichzeitig witzig und so einen Sympathiefaktor hat. Aber ich kann euch natürlich viel erzählen. Hier, hier ist er, der Schlüssel. Denn in der Theorie ist das hier alles trocken geschwimmen. Wir fahren jetzt einfach mal los. Los geht's. Ja, da sind wir im Auto. Ich schiele, schiele ich? Wahrscheinlich schon, ne? Habe ich Falten? Wahrscheinlich schon. Bin ich zu alt fürs Auto? Auf gar keinen Fall. Wir fahren jetzt los. Und ich sage euch mal eins, wir haben hier 160 PS, 6,5 Kilo pro PS. Das Auto wiegt 1120 Kilo etwa. Wir haben den Antrieb vorne, wir haben hinten Konidämpfer drin, wie Rekord Monza Auspuffanlage hier drin. Ja, und eigentlich alles hier drin, was Spaß machen soll. Der soll 216 kmh schnell werden, in 7,3 Sekunden auf 100 beschleunigen. Und ich habe nie unter 9 Liter gebraucht. Das wisst ihr, das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Und jetzt machen wir ihn einfach mal an, unseren Arbat mit dem Skorpion im Herzen hier vorne. und machen mal den Sportknopf noch nicht an, geben Leerlauf ein bisschen Gas. Ja, und jetzt fahren wir los. Und ihr merkt schon, die Kamera hat es ein bisschen gedreht, weil dieses Auto, wenn man natürlich dann so richtig Gas gibt, dann halt auch einfach richtig schön los beschleunigt. Das ist schön. Wir sind hier auf so einem Rebweg. Ihr seht es an den schlechten Lichtverhältnissen in der Kamera. Es ist relativ eng hier. Und da ist das Auto natürlich perfekt, denn der ist sehr, sehr wendig hier. Der ist sehr direkt am Gas. Kleine Ausmaße. Die Schaltung ist schön knackig. Ihr seht es hier, wenn ich einfach mal durchschalte. Das ist richtig schön. Genau eigentlich das Terrain von diesem Auto hier macht einfach riesig viel Spaß. Und das, obwohl wir noch nicht mal in diesem Sportmodus sind. Und das müssen wir auch noch gar nicht. Und da seht ihr hier, schön wendig mit größeren Autos. Kurbel ich hier zwei, dreimal gut. Die Lenkung ist sehr direkt. Die Federung ist überraschenderweise nicht zu hart, nicht zu weich. Genau richtig. Die Konidämpfung hinten ist ja adaptiv. Das heißt, die misst dann immer die Traktion und oder den Schlupf und passt sich dann dementsprechend an. Was cool ist. Und was man aber relativ schnell merkt, man fährt dieses Auto relativ hochtourig, damit da ein bisschen was geht. Das muss man halt bei dem machen. Jetzt kommt ein kleiner Schotterweg. Da hat er auch Traktion. Trotz Frontantrieb, was richtig Spaß macht. Aber jetzt kann ich es natürlich eigentlich nicht mehr abwarten, euch den Sportknopf zu zeigen. Das muss ich jetzt machen. Hier drückt man ihn. Und dann merkt man eins, die Lenkung wird wesentlich direkter, schwerer. Das Auto liegt näher am Gas und es passiert eins, nämlich die Rekord-Monza-Auspuffanlage da hinten. Die arbeitet richtig. Es wird also lauter. Und ihr hört schon, was ich meine. Kleines Zwischengas-Probbeln. Wir haben ein schönes Cabrio, sitzen trotzdem einigermaßen windgeschützt, was cool ist. Ja, und dann macht dieses Auto einfach eine Menge, wirklich eine echte Menge Spaß hier. Denn wir können hier die Feldwege entlangjagen, als gäbe es kein Morgen. Der Beschleunigungswert von 7,3 ist auch echt gut. Ihr fragt euch, dann brauche ich den Competition, weil er halt die 180 PS hat. Ja, klar, das macht schon ein bisschen was aus. Vor allem macht natürlich halt das Sperredifferenzial an der Vorderachse was bei der Traktion im Grenzbereich aus. Aber ob man dann wirklich in diesen Bereich kommt beim Fahren und wie viele das machen, wo man die Sperredifferenzial in der Achse merkt, das weiß ich nicht, dass uns vorne dann noch der Kony-Dämpfer fehlt. Hier bei den Pisten weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, das ist für mich so der perfekte Kompromiss. Und ihr seht schon, ein bisschen schwerere Lenkung. Und man fühlt sich hier direkt wie in einem richtigen Sportwagen. Das macht schon richtig viel Laune. Dann hat man hier die Anzeige mit dem Gehkraftmesser schön im Blick, was wirklich ein Genuss ist. Und hat halt immer die Untermalung von der Auspuffanlage. Ich muss mal die Reben verlassen, damit die Leute mich nicht lünchen wollen, wenn ich hier zu viel Gas gebe. Ja, und jetzt sind wir auf einer richtigen Straße. Ihr hört es. Was hier passiert, das macht richtig viel Spaß hier drin. Man muss echt auch ständig schauen, dass man nicht geblitzt wird. Hört euch den Ton an vom Auto. Grandios. Und man erwischt sich ständig, dass man halt dann doch wieder in den zweiten Gang schaltet, was ja eigentlich völlig unangebracht ist und manchmal auch ein bisschen frech wirkt. Aber es macht einfach so viel Spaß, wo ich mich frage, braucht man denn da noch einen Porsche oder einen Ferrari? Denn da geht schon einiges hier drin. Gute Schaltung, gute Lenkung, direkt am Gas. Ich weiß gar nicht, was ich euch mehr dazu beschreiben soll. Das macht schon richtig viel Laune. Driften ist ein bisschen schwierig, weil es ist ja ein frontgetriebenes Auto. Aber ich habe hier wirklich meinen Spaß. Ich hoffe, ihr habt den auch ein bisschen. Selbst auf der Autobahn funktioniert das auch noch überraschend gut. Ja, und jetzt sind wir im Stand. Ich bin einfach mal ruhig und wir beschleunigen durch. Ja, und so schnell ist man dann auf 100 hier drin. Das ist natürlich schon eine echte Wucht. Und das ist, glaube ich, das, was ich meine. Kleines, leichtes Auto mit viel Kraft. Macht halt einfach unglaublich viel Spaß. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich muss euch eins sagen, ich habe den Skorpion so richtig tief in mein Herz geschlossen. Es gibt wahnsinnig viele Abarth-Fanclubs. Und ich kann die Leute langsam verstehen, denn ich bin Riesenfan von diesem Auto geworden. Warum? Wir bekommen hier ein kleines, leichtes Auto mit viel Kraft, mit einer wunderschönen Optik, die Prestige hat zum einen, die aber nicht prollig ist zum anderen. Ich glaube mir eins, wenn man mit so einem Porsche oder einem Ferrari irgendwo hinkommt, dann ist man nicht der coole Typ. Hiermit verhält sich das ganz anders. Die Leute fragen, was ist das, was kostet das, kann ich mir das auch leisten, kann ich mal fahren. Man ist da irgendwie, ja, man ist irgendwie der coole Typ mit so einem Auto. Und das feiere ich. Und zum anderen haben wir dann ein Konzept an Auto, was mir richtig Spaß macht. Du kannst damit zur Eisdiele fahren, kannst damit auf die Landstraße, durch die Stadt, man kann auch mal auf die Autobahn. Man kann zur Not sogar mal auf die Rennstrecke. Und wenn man seine Freunde nebendran sitzen hat, dann kann man auch mal ganz komfortabel essen gehen fahren, ohne dass die Schreikrämpfe bekommt. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan. Der Motor hat jetzt Euro 6D Tempo und Leistungsgewicht von 6,5 Kilo pro PS. Was wirklich, ja, was wirklich Schönes. Dieses Ding zieht einfach nach vorne, klingt geil, macht mir richtig viel Spaß. Und dabei haben wir auch ein sehr modernes Auto mit viel Technik. Wir haben innen mit diesem Uconnect HD System und mit Apple CarPlay Android Auto. Einfach ein modernes Auto, was cool ist. Wir haben einen Sportknopf drin, die Record Monza Anlage. Ja, diesen Genuss, das höre ich lieber als jedes Rammstein Konzert sowieso. Ich muss euch echt sagen, dieses Auto flasht mich, hat mich umgehauen. Aber dann ist es mein Job, auch kritische Dinge zu äußern. Okay, es ist natürlich kein GT, es ist eher ein Zweitwagen. Wir haben nicht viel Platz da drin, aber wisst ihr was? Scheiß der Hund drauf. Weil das will der gar nicht sein, das kann er nicht leisten. Aber er kann eins leisten, nämlich ein echter Sportwagen zu bezahlbarem Preis sein. Und wäre ich noch mal 18, Gott wäre ich das noch mal gern, würde ich mir dieses Moped kaufen. Und wenn nicht meine Oma dafür ausrauben wird. So was sage ich euch. Und selbst jetzt in der Stadt würde ich in Hamburg, Berlin, München leben. Dann wäre das das Auto meiner Wahl. Ist doch logisch. Ich finde überall einen Parkplatz, oder? Ja, und dann denkt man so, ja, der redet so von billig und preiswert und so. Ist aber eigentlich nicht so. Das Auto beginnt hier als Coupé der Pista bei 22.490 Euro. Ich habe euch die Competizione Version mit 180 PS vorgestellt und im Sperrdifferenzial und anhand Extras noch oben drauf. Die ist 4.000 Euro teurer. Das Cabrio hier kostet 25.090 Euro. Die Competizione Version davon ist wieder 4.000 Euro teurer. Der Pista ist ein bisschen überhalb vom 595, ein bisschen unterhalb vom Tourismo angesiedelt und klar unterhalb von Competizione. Und ich muss euch sagen, als junger Mensch ist das eigentlich das Auto meiner Wahl, weil ich finde, das ist der beste Kompromiss aus Preis und Leistung in seinem Segment. Kann aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir eure Meinung zum Auto da lasst, wie ihr ihn konfigurieren würdet. Wenn ihr Fragen habt, probiere ich alles in meiner Macht Stehende zu beantworten. Er wird jetzt dann nachher gleich abgeholt und ich muss euch eins sagen, Scheiße, ich ziehe meinen Hut vorm Auto, aber ich gebe den so ungern her. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ist auch nicht gelogen, sondern einfach ehrlich. Da ist der Schlüssel und wisst ihr was? Den schmeiße ich jetzt einfach weg, weil ich bin nämlich traurig. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen umfangreich informiert über das Auto. Hier über meinem dicken Bauch seht ihr, wo ihr uns überall findet. Nämlich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Dann abonniert am besten alles. Dann schenke ich euch, sobald ich es mir leisten kann, jedem so ein Auto versprochen. Oder mache euch eine Skorpion-Tätowierung selbst. Da freut ihr euch sicher, ne? Nee, Quatsch. Würde mich freuen. Ich hoffe, es war informativ. Und dann sehen wir uns bald. Bis bald, Freunde. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.